Jo, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmer's Dynasty. Beim letzten Mal haben wir aufgehört, dieses wunderbares Gewächshaus zu reparieren. Das machen wir mal weiter. Ich habe ein bisschen was zum Sound leiser, äh, leiser, höher gestellt. Ja, man kann es besser hören. Dann werden wir mal zusehen, dass wir dieses schöne Gewächshaus fertig kriegen. So wie der Hof aussieht, haben wir da jede Menge Arbeit. Ich glaube, hier außenrum sind wir fertig. Was können wir denn noch machen? Na, mehr ist sich hier nicht. Gehen wir mal rein in das gute Stück. Ja, viel lauter ist das nicht geworden. Kriege ich denn hier auch was? Aha. Dann brauche ich vielleicht gar nicht... Das kann ich direkt in den Platten machen, dann habe ich das Abschleifen gespart. Wunderschön. Was ist denn mit der Säule hier? Ja? Tatsächlich. Gut, ich habe ich jetzt alles gemacht. Keine Ahnung. Aber machen wir mal halt auch weiter. Komm. Gut, gut, gut. Na, wir müssen die Säule wieder vor. Das wird ein wunderschönes Gewächshaus. Aber hier noch was. Das ist hier mit dem Boden. Muss wohl so sein. Luhi. Diese wunderbare Mittelstange Auch fertig Auch ein Spiel, wo man nicht viel beerzählen muss, das ist gut Direkt neue Kisten drin, das ist sehr gut Sieht richtig schick aus Na komm Die ist auch gut Sie verpasst durch die zwei Stangen noch mit dem Täsch hier Die ist auch durch Was haben wir denn hier oben Ich möchte echt ein Gerüst hören Machen wir doch mal die Ingenieursansicht Ja, da luden die Säute Vielleicht können wir das so dran Springen geht nicht Da kommen wir dran Etwas schlicht zu steuern Das Ganze Ich befürchte, wir müssen hier alles machen Das können wir auch haben Das können wir auch haben Das dauert länger als ich dachte Jetzt scheinbar kommen wir von hier aus nicht dran, oder? Da ist alles in Ordnung Die Stangen hier scheinen gut zu sein Aber die hier nicht Ja, die Stangen schon gut zu sein So baut man also ein Gewächshaus Da renoviert es zumindest Könnte sich ja nur um Jahre handeln Na, da wird auch was Dann die Strebe hier dunkel ist Und die anderen hell Wer weiß, wer weiß Die Lüftungsteile hier Da kommen wir eigentlich nicht dran Da wird auch Hier geht's auch Kommt noch Jawohl Hier ist überall Glas drin Aber hier anscheinend nicht Doch, wo die auch Jetzt holen wir den ganzen Weg wieder zurück Jetzt holen wir den ganzen Weg wieder zurück Nachdem wir das hier noch gemacht haben Und den hier Aha Hören wir mal die Tür zu Vielleicht steigt der Kam ja gleich Kann ich die auch noch mal an? Nö Na, nimmt doch Form, Mann Weil ich fürchte Den haben wir vergessen Ja Auch du wirst sauber gemacht Oh, ich hab das Gewächshaus fertig Kann aber auch nicht Hier ist ja noch weit Hier war ich anscheinend schon Ich hab das Gewächshaus wirklich Hier werde ich den Schauen wir doch mal Ob wir hier was pflanzen können Ich weiß ja nicht ob Na, geh weg Tomaten habe ich Benutze Tomatensitz, Lena Zehn Stück Ja, mehr haben wir nicht Oder wo wir hier nicht Mehr Saaten kommen wir nicht, ne Gucken wir doch noch mal Nee, mehr haben wir nicht Schade Wie sieht das hier mit dem Wasser aus? Das ist ein bisschen Geld, aber ich will den Komfort erhöhen Gut Einmal raus Wunderschön Und schon haben wir das Gewächshaus repariert Mal vom Weiten gucken Der gibt da richtig was her So Und jetzt möchte ich ja gerne wissen Wie ich auf die Karte komme Das war die falsche Fortsetzen Und hier Ah Rausrum Reinzoomen Wo ist die Maul schnell? Hallo Ja Erneue dein Hof komplett Hilf Oliver Da ist Hilf Oliver Komm ich da jetzt hin? Gehe Hier Hol was hoch Dann werde ich da wohl hingehen müssen Oder habe ich ein Auto? Na gut Dann werde ich wohl dahin laufen müssen Da ich ja kein Auto habe Glaube ich zumindest Ich kann in meine Garage gucken Ja Ja Ich kann in meine Garage gucken Einzelne öffnen Mhm Toll Was das hier ist weiß ich allerdings nicht Sieht aus wie eine Songstelle Ja 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 Da war eine Tür Kann man den Lichtschalter auch benutzen? Ja Kann man Auch hier geht es nach oben Ich habe kein Auto So wie ich das sehe Dann laufen wir doch mal zum Oliver Wie komme ich sonst da schneller hin? Da brauche ich eine Ewigkeit Da hinten ist ein Dreieck und ein Und man dürfte auch vielleicht dasselbe sein Woanders gesetzt Es soll auch Pilze und so ein Kram geben Vielleicht fühle ich hier unterwegs noch irgendwas So ein Wegesrand Einfach mal durchs Feld laufen Ich fahre ja gerade nicht Da macht es ja nichts Feldankauf Feldankauf Nein ich will kein Feldankaufen Das dürfte olle Wascheune sein Was habe ich denn da vorne markiert? Das war nur mein Weg weißer Das ist Oliver Oder? Das ist Oliver Ja Aber Oliver will ich gar nicht Ich will die Scheune hier reparieren Ingenieurs Ansicht Was haben wir denn schönes? Das Dach Vielleicht komme ich da von innen ran Dann brauche ich kein Gerüst Ah ich kann auch springen Das ist schon mal schön Was haben wir denn hier alles? Ich komme hier nicht von innen Ups Ich kriege ein Gerüst Aber Dann fangen wir einfach hier hinten an Ohm Gerüst Da ist das Gerüst Komm ich damit schon bis nach oben? Nö Aber damit So Wo ist denn hier der Eingang? Nach oben Nach oben Bis ich hier auch Ich brauche ich gar nicht bis nach ganz oben Dann brauche ich genau nach oben Nö Will ich auch nach oben Komm Uah Wann ist das hoch? Werkzeug Na geht doch Bestens Na reparieren wir mal Oliver Scheune So Aber wie es weiter geht Das seht ihr in der nächsten Folge Lasst mit dem Daumen da Danke fürs Zuschauen Macht ein Abo Aktiviert die Glocke Und vor allen Dingen Bleibt gesund Tschüss Musik Tschüss Gez Sch Sch Vielen Dank.